Boah, vor denen laufe ich weg. Nee, nee. Ich kann nicht mal weglaufen. Ich kann nicht mal weglaufen. Ich habe keine Chance gerade. Ich kann nur... Noch einer. Scheiße, ich habe ein halbes Herz. Bitte, Leute, lasst mich. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Peace, Leute, und willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Hexlands, die ich lange nicht mehr aufgenommen habe. Gehen wir mal sofort auf den Server drauf. Ich habe noch null Tode. Hä, das stimmt doch gar nicht. Ah, da war das neu gestartet wurde. Ich hieß ja, Gaming Masi, jetzt kann man oben sehen. Ich heiße Mikuay. Zu essen habe ich nichts. Problem ist, irgendwie hat man... Ah, scheiße. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Hier bei uns ist... Also meine Map wurde auch neu generiert. Also sozusagen habe ich jetzt gar keinen Vorteil mehr. Ich weiß auch nicht mal, wo die anderen Städte sind. Ich weiß ungefähr... Äh... Hier war irgendwo ein einer und der andere irgendwo da. Weiß ich nicht. Ähm... Weiß ich ungefähr so genau, will ich das auch nicht sagen. Weil dann die anderen von der anderen Stadt genauso gut... Äh... ...viele wissen würden wie wir. Hi. Mal gucken, ob hier eigentlich was zu gebrochen ist. Ich könnte... Ich... Starkey, ich stehe dir mal diese zwei Eisen. Dann kann ich mir nämlich einen Hut machen. Einen Hut habe ich schon. Ja, okay. Dann mache ich mir Schuhe. Während alle anderen schon richtig geil ausgerüstet sind, ist mein PC einfach kaputt. Und ich... Äh... Konnte mich null ausrüsten. Und ich weiß jetzt nur, ich kann irgendwo hier, weiß ich nicht, gehen. Da. Den töte ich jetzt. Loy, ist einfach so angegangen. So, ich gehe mal, äh... In eine andere Richtung, wie die Leute gegangen sind. Ich gehe mal in diese Richtung. Weil ich gehe einfach von oben lang. Äh... Das ist eine Einzelfolge. Ich weiß, äh... Ein bisschen langweilig, aber ich wollte die erstmal ausnutzen, um Bescheid zu sagen, was passiert ist. Nämlich, äh... Ich habe eigentlich vorhin ein Video hochgeladen. Äh... Das bedeutet, bei euch ist er schon etwas länger hochgeladen. Glaube ich wahrscheinlich schon seit ein, zwei Tagen. Ähm... Das Video solltet ihr euch mal angucken. Da erkläre ich ganz genau, mit meiner rageartigen Art zu kommentieren, dass ich, äh... Leider kein Video wirklich, äh... Aufnehmen konnte. Greift er mich an, wenn ich ihn angreife? Ich will es gar nicht ausprobieren. Wahrscheinlich bringt er mich dann noch um. Äh... Auf jeden Fall erkläre ich da ziemlich gut, äh... Ziemlich genau, was passiert ist mit dem PC. Weil, mein PC sozusagen, kann man sagen, es ist kaputt. Ich benutze gerade einen anderen PC. Und deswegen leidet gerade die Audio-Quali, glaube ich, auch ein bisschen. Äh... Weil hier gar nicht die Einstellungen drauf sind. Und ich gar nicht nachgucken kann, welche Einstellungen das sind. Weil ich merke mir das gar nicht. Sowas, äh... Das ist nicht etwas, was ich dann sozusagen mir ausfindig lerne. Was für Einstellungen ich alles für meine Audio benutze. Bei Audacity und, äh... Auf Mikrofon allgemein. Das sind einfach Sachen, da probiere ich rum, bis ich die beste Einstellung finde. Und im Moment habe ich noch nicht wirklich eine gute Einstellung gefunden hier. Aber ich muss so schnell wie möglich einfach aufnehmen. Deswegen kann es, äh... Ähm... Es könnte passieren, dass, äh... Irgendwas passieren könnte, ähm... Hä? Achso, es könnte sein, dass die, äh... Audio-Qualität ein bisschen leidet. Äh... Und ich werde jetzt erstmal... Jo! Genau! Ja, genau! Boah, von denen laufe ich weg. Nee. Nee. Ich kann nicht mal weglaufen. Ich kann nicht mal weglaufen. Ich habe keine Chance gerade. Ich kann nur... Noch einer! Scheiße! Ich habe ein halbes Herz. Bitte, Leute! Lass mich! Ich werde sterben. Ich werde sterben. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal im Voraus, äh... Zwei... Vielleicht vier Folgen aufnehmen. Darf ich eigentlich nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, wann ich das nächste Mal aufnehmen kann. Wann ich, äh... Diesen PC hier zur Verfügung gestellt kriege. Deswegen, äh... Werde ich schon mal... Also ich habe das Dark ja auch schon gesagt. Ich werde erstmal im Voraus, äh... Mindestens drei Folgen aufnehmen von Hexland. Oh, ich kann nicht mal regenerieren. Ich kann nicht mal regenerieren. Scheiße! Das hat er mich auch noch gesehen. Ich hoffe, der töte mich nicht. Nein, nein, nein! Ich benutze gerade übrigens wieder... Mein, äh... Meine eigene... Meine eigene Maus. Mit der anderen kam ich wirklich nicht klar. Wie man im letzten Video gesehen hat. Da kam ich wirklich null klar. Ey, ich brauche Herze. Scheiße! Hat er mich gesehen? Natürlich hat er mich gesehen. Nein! Das war... Das war das Specialty, ihr Viech. Und den hatte ich nicht gesehen. Okay, rennen wir einfach mal wieder zurück. Töte den Zombie da. Ich versuche mal mit dem Zombie... Mit dem Creeper? Ha! Töte den Zombie. Mal gucken, ob er Rüstung gedroppt hat. Oder irgendwie sowas. Ich werde jetzt einfach mal sterben. Ich weiß es einfach schon. Das ist bei mir so typisch, dass ich jetzt erstmal sterben werde. Meine ganzen Tode wieder zurückbekomme. Dann noch so ein scheiß Skelett. Nein! Ich würde die Zombie... Äh... Dings... Dingsfleisch hier haben. Oh, ich werde sterben. Ich bin tot. Ja. Yay. Und schon bin ich wieder total gut ausgerüstet. In Hexit mit dem Steinschwert rumlaufen. Ohne Rüstung. Wo eigentlich normalerweise dir... Äh... Full dir eigentlich so Standard ist, ne? Ja, das ist richtig gut. Hey, hör auf. Oh, da sind meine Schuhe. Oh. Ich dachte jetzt, das wäre diese scheiß Spesselfie schon wieder. Das bringe ich aber ganz schnell um. Ist noch eins hier. Okay, ich weiß es nicht. Ich ziehe mich erstmal an. Hier die ganzen Sachen. Und ich wollte auf Abenteuer-Tour gehen. Ich wollte zumindest auf Abenteuer-Tour gehen. Oh, was ist das denn? Da hinten ist ein Dungeon. Da gehe ich jetzt sofort hin. Hier ein Herz. Was ist das denn? Lol. Was ist das? Oh, oh, oh. Uli, es greift mich an. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh, lol. 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 Was ist das? Ah, ich habe es getötet. So, da bin ich erstmal angekommen. Ich kann mir vorstellen. Ich glaube, ich weiß schon, was für ein Dungeon das ist. Hier ist es eine Kiste und es ist eine Falle. Ja. Konnte ich mir schon vorstellen. Aber. Ich mache das ein bisschen schlauer. Ich baue da was ab. Und dann baue ich da was hin. Wahrscheinlich brennt der ganze Baum jetzt. Aber YOLO. Ich nehme mir erstmal, was hier drin ist. Und verpisse mich. Dann lasse ich den Baum halt brennen. Von mir aus. Ist ein Dungeon. Wird zwar dann nicht mehr so schön sein wie gerade. Aber immerhin. Okay, ich habe was. Yay. Was zu fressen. Alles, was dich zu fressen, bekomme ich erstmal fressen. Wir kommen ja eigentlich von da. Und. Da ist eine Stadt. Da ist eine Stadt. Nach unten ist noch keiner gegangen. Also gehe ich in diese Richtung. Da ist nämlich noch keiner gewesen. Glaube ich zumindest. Da ist noch irgendein komischen Dungeon. Oder was ist das? Ich glaube, das ist der Fall. Hier ist auch schon ein Crafting Table. Natürlich ist ein Crafting Table. Wo doch schon. Ich gucke mal eben in den Kisten. Kann ja sein, dass die Leute schon alles. Ja. War mir natürlich klar. Die Leute kommen, haben ja natürlich schon richtig geile Sachen. Und brauchen nicht den ganzen Scheiß aus der Kiste mitzunehmen. Aber ich brauche den ganzen Scheiß ja noch. Deswegen gönne ich mir erstmal, was in den Kisten noch drin ist. Ja, okay. Nichts weiteres. Nach oben gibt es auch keine Kisten mehr. Hey, immerhin. Wir haben etwas. Das ist schon mal gut. Wer ist denn hier gestorben? Sandmaster. Ich habe mir irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass das Sandmaster hier war. Aber was ich jetzt mache, ist erstmal hier die Schafe töten. Dann kann ich mir ein Bett bauen. Dann spawne ich nicht immer am Spawn. Da vorne ist auch eine Village. Ist da noch ein Turm? Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber das ist keine Stadt von irgendwen. Das weiß ich auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, noch ein Dungeon. Der nach unten geht oder sowas. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja. Oh, ja. Kann ich ja mitnehmen. Kann ich mitnehmen. Ja, hier kann ich alles gebrauchen fast. Den Spawn und lasse ich mal da einfach gejailed in Ruhe. Ich gehe einfach mal weiter. Hier ist einfach eine Village oder eine kaputte Village. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Oder ist es irgendwie eine Art Dungeon? Es ruckelt gerade ein bisschen. Gönne ich mir jetzt erst mal. Habe ich eine Axt? Ja. Oh, schön. Der springt erst mal ins Wasser mit mir. Der hat ein Boot gehabt. Wie geil ist das denn? Ich könnte theoretisch mir auch ein Boot bauen. Und dann reisen. Oh. Die erschrecken mich ein bisschen. Aber die springen ins Wasser. Und dann haben die automatisch ein Boot. Ey, wenn du mir einfach deine Dings droppen würdest. Oh, was zu essen. Habe ich das? Nö, habe ich nicht. Egal. Oh, ganz viel zu essen. Das ist schön, weil ich schon die ganze Zeit irgendwie was zu essen gebraucht habe. Und Eisen. Dann hat sich schon mal diese Reise erstmal ein bisschen gelohnt. Und eigentlich normalerweise sollte ich jetzt eigentlich auch die Folge beenden. Und das werde ich auch. Nämlich hier im Schloss. Ich mache im Schloss. Ich mache erstmal so zu, dass keiner reinkommt in meinen persönlichen Schloss, der auf Wasser ist. Den man eigentlich auch Schiff nennt. Aber scheiß drauf. Die Facecam ist leider heute nicht an. Ich lefte jetzt auch erstmal den Server. Leider ist die Facecam nicht an, weil die hat auch keine Batterie. Um ehrlich zu sein, sehe ich auch scheiße aus. Ich bin heute etwas krank. Aber ich muss vorproduzieren. Also YOLO. Dann sehen wir uns nächste Folge. Peace out. Bis zum nächsten Mal.